Da ist der Playground. Mal sehen, ob ich joinen kann. Vorlein, sieht's bei dir aus? Komm auch wieder nicht rein. Ich such mal. Ich lade euch beide noch mal ein, Serien und Vorlein. Also, ich bin drin. Das war ja einfach. Ah, jetzt bin ich auch drin. Ach, schade, ich wollte noch mal Räuber sein. Naja, egal. Wir können ja jetzt sonst... Wir können doch einmal so machen und einmal andersrum. Das stimmt. Also, jetzt sind Robot und ich Räuber und danach sind wir einmal Cops. Und dann sind alle zufrieden. Okay, das geht gut. Sofern Fräulein dann kommt. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn Fräulein die nötige Verbindung bekommt. Okay, das ist aber auch nicht schlecht. Hat sie bekommen. Gange sein. Ich komme... Oh, geil, ich hab schon wieder eine Roboterstimme. Ich komme mit ihm. Aber ganz gut klar gerade. Aber ich glaube dir das, Abati. Liegt das an dem Mikro? Ja, doch. Zwischendurch immer, Marc. Also, okay. Ich tippe nicht am Mikro, sondern an den Filtern. Ah, okay. Ich würde jetzt vorschlagen, da wir jetzt unausgeglichen sind, wir gehen einmal kurz rein, töten uns und dann... Ja, okay. Ach komm, lass mir den Spaß. Ich will Marie Curie mal ausprobieren. Okay, wenn du möchtest. Ja, Marc. Viel Frieden. Es geht gar nicht... Doch. Nee, ist immer noch wieder weg. Normalerweise ist es immer so ein paar Sekunden und dann läuft das wieder. Wait for seven seconds and... What? 224, ne? Boah. Was? Jetzt hab ich den, okay. Cool. Ich bin Karl Marx. Karl Marx! Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ich kann Sie entweiten. Haben Sie Chivapschi-Chi. Ich kann Sie entweiten. Hallo, entschuldigen Sie. Ich sag mal so, es ist egal, wie schlecht du kochst, Karl Marx. Mhm. Ah, du... Tsss. Mhm. Ich lache über meinen eigenen Witz. Ich lache über meinen eigenen Witz. Hä? Aber der macht doch gar nichts. Ah, nein. Okay. Der macht sehr wohl was. Nee, das war aber nicht Karl Marx. Nee, das dachte ich mir schon. Hallo? Hallo? Was? Das bin ich ich. Ja, 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 ja. Ist klar. Habt das doch gesehen. Wie du auf mich geschossen hast. Hast du einfach den Granatenwerfer? Ja, Flachwitz-Challenge in coming. Das stimmt. Wie war das noch? Egal, wie dicht du bist, Goethe ist dichter. Richtig. Ähm, warten Sie. Ich überlege kurz. Egal, wie gut du schläfst, Albert schläft wie ein Stein. Hm. Ha, ha, ha. Tisch, tisch. Hä? Warum? Was kann denn Karl Marx schon? Was kann der denn? Hä? Was kann denn eigentlich Karl Marx? Okay, ich kann... Okay, das kann ich nicht. Das ist ja schade. Rabatz hier draußen, ne? Rabatz. Rabatz. Also ich muss sagen, die, äh... Der Granatenwerfer, der macht schon Spaß. Ja. Ja, das glaube ich. Ja, das war. Das wollte ich vorhin auch ausprobieren. Boah, Marcel. Aha. Wo bist du? Ich weiß nicht, was Karl Marx hier macht. Komisch. Wisst du das schon wieder? Oh, meine Musik ist wieder. Ich habe meine Musikzeit gemacht. Macht ein Karl Marx? Der sieht halt einfach nur aus wie Karl Marx. Ich glaube, mehr ist das nicht, oder? Nee, der sieht ja nicht aus wie Karl Marx. Ach so. Sonst würde man mich ja erkennen. Ne? Ach so. Aber... Der kann irgendwie Leute entweiten. Aber macht er nicht. Ich verstehe es nicht. Ich raff es nicht so richtig. Kann das sein? Dass ich Polizisten entweiten kann? Au, das wäre natürlich krass. Mh. Was trinken die Führungskräfte? Leitungswasser. Ptsch. Das kann natürlich sein, dass du Polizisten irgendwie entweiten kannst. Hä? Entschuldigen Sie. Ich entweite Sie. Ich entweite Sie. Ich habe ihn mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Ja, was ist denn mit dem Hammer entweitet? Ja. Ich habe einen Hammer und eine Sichel. Ja gut, okay. Verstehe. Karl Marx hat. Genau. Aber jetzt konnte ich... Jetzt konnte ich was. Jetzt konnte ich was machen. Hä? Ich glaube, ich kann dich gar nicht mit dem Raketenwerfer treffen. Also ich bin... Ich habe nicht mehr viel Leben, ne? Das ist... Ach krass. Okay. Dann doch. Ich dachte, damit kann ich nur die Wände sprengen. So wie mit den Bomben. Nee, ich glaube, du kannst noch ein bisschen mehr. Befürchte ich. Hm. Was mir gerade auffällt, wollten wir nicht... Also was hat vier Beine und einen Arm? Vier Beine und einen Arm. Einarmiger Bandit? Ich glaube, ich kenne den. Aber ich weiß es nicht mehr. Zählen. Ich gucke mal eben. Based on his... Oh, ne? Okay. Was? Ich wollte was lesen. Zu spät. Aber hat ich nicht eigentlich Arcade ausgewählt? Fällt mir gerade zum Nachhinein mal auf. Hattest du gesagt, zumindest. Ja, ne? Okay, ein Malstift auf dem Kinderspielplatz. Was? Ein was? Ein Mastiff auf dem Kinderspielplatz? Was ist ein Mastiff? Verdammt. Mastiff. Mastiff. Ah, okay. Mastiff. Verstehe. Ja. Okay, spielen wir die Map noch einmal? Ja. Okay. Gut. Einmal noch. Einmal noch. Noch einmal. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Was will ich denn spielen? Oh. Okay. Okay. Mein Chat geht gerade ab hier mit den... ... ... ... Flachwitzen irgendwie. Welche Schuhe tragen Bildredakteure? Skandalen. Ah, okay. Das ist ja nice. Das will ich auch mal testen hier. Was ist das? Dillin. Wah. Dillin. Okay. Was ist das? Sagt ein Krokodil, das einen Clown gefressen hat. Der schmeckt komisch. Schmeckt komisch. Schmeckt komisch. Ich kann's gerade... ...Krampolins platzieren. Du kannst Trampolins platzieren? Okay. Okay. So. So, wo sind wir denn? Alles oder nichts. Guten Tag. Ja, so denn. Das Battle... ...möge beginnen. Ich hab Polizei. Ähm... Entschuldigung. Jo. Marie, was meinst du mit Hund? Bin ich ein Hund oder... Du Hund. Ich bin einfach nur im Chat Hund. Wahrscheinlich meint sie die Rasse immer noch von... Ja, weil du ihn gefragt hast, das ist ein Mastiff. Verstehst du? Ach so. Also, ja gut. Lange Leitung für den Kaktus. Äh. Der Mastiff ist ein Hund. Genau. Okay, ja gut. So, wer hat hier schon wieder irgendwo was hochgejagt? Äh, warum ist mein Bild weg? Okay. Was war das? Was macht ihr hier? Oder war das das? Nee, das war das nicht. Was habt ihr gemacht? Warum konnte ich jetzt gar nichts mehr sehen? So ein sehr scheiß. Da lachte. Da lachte. Ja, ja. Da lachte. Ich hab mal... Ich hab mal wen genommen. Ich hab mal wen genommen, ja. Ich hab mal wen genommen. Okay. Ich glaub, ich weiß wen. Mhm. 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 Ja, 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 ja. Und la, die, la. Wie geht das Banklied noch? Äh. Genau. Tag in der Bank. Dyspo. Dyspo. Dyspo, ja. Heute ist mein Tag in der Bank. Der Bank. Dyspo. 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 Ja, schön. Ah, sehr gut. Schön. Tag in der Bank. Gaktus, hast du schon irgendeine Vermutung? Nope. Okay, cool. Heute ist das... Ich will, dass wir an den Wänden hier vielleicht offen sind. Ich sag's mal so. Maybe. Offene Wände hier. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Offene Wände ohne Ende wieder. Was ist denn, dass du gerade hier von der kaputten Wand standest? Und das gesagt hast. Aha. Freundchen. Freundchen. Verdammt. Dyspo. Ist das wieder gut gespielt, oder? Nö. Nö. Tag in der Bank. Dyspo. Dyspo. Aber sie haben auch noch nichts erbeutet. Also wir sind noch im grünen Bereich. Ja, das geht gleich vor. Zack, zack. Wir reiten vor. Ah ja, hier liegt zum Beispiel schon Kohle rum. Okay, ich seh's. Ah. Das war echt scheiße knapp. Äh, Entschuldigung? Verdammt, was machst du da? Verdammt, wer bist du jetzt? Robot? Ja? Ich sag dir nur eins. Ich, du standst direkt vor mir. Jaja, ich weiß, ich hab deine Waffe gesehen. Nee, das war einfach ich mit der Waffe. Das war du, ne? Das war du mit der Waffe. Davor, als du dich gefragt hast. Okay, okay. Wie, wie machst du das? Was ist das für ein... Du machst mich blind. Das ist ja ein völlig gemeiner Perk. Das ist ja richtig wies. Dyspo. Also hier liegt überall Geld rum, Kaktus. Wir müssen richtig hart aufpassen. Hast du eigentlich schon eine Ahnung, welcher Cop Kaktus ist? Nee, gar nicht. Okay. Ich vermute mal. Ja. Genau. Du kannst es ja sagen. Ich mein, Kaktus wird jetzt wahrscheinlich nichts dazu sagen. Der Spy. Ja, das ist auch so meine Befürchtung. Hast du das mit dem Gepiepe? Das war ich, das war ich, ja. Entschuldigung. War es gut. Dyspo. Dyspo. Ey. Stimmt denn mit denen hier nicht? Verdammte... Dyspo. Äh? Warum? Was gab es für schon an den Spielen? Oder seid ihr schon ganz... Wir haben... Ich habe angefangen um zwei mit... Und seit vier spielen wir Perfect Heist tatsächlich. Was machst du denn da? Ich syrbe. Aber warum tust du sowas? Weil, damit das funktioniert. Okay. Nun. Jetzt weiß ich nicht... Ah, jetzt hat sie wieder das... Blindbart-Ding. Übrigens, Fräulein, Vorsicht, vor dem Van steht, ich glaube, so eine Art Attrappe oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob die irgendwas macht. Aber die steht da. Was ist denn hier los? Ich habe... Fass. Fuck off. Di-di-di-di-di-di-di-dispo. Diesmal... Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Nicht mehr so viel Zeit. geht. Nee, das ist richtig. Also ich nehme auch an, dass der Kaktus der Spy ist, denn ich habe noch niemand anderen gesehen. Ich auch nicht. Außer den Robot. Ist natürlich gefährlich, ne? Ja, ja. Ja. Ziemlich sehr. Tja. Okay, die Robot-Attrappe steht auch immer noch da am Van. Ach, Tatsache, okay. Spannend. Ist das denn wirklich eine Attrappe, ja? Naja, ich habe ihn vorhin doppelt da gesehen. Also nehme ich an, das ist eine Attrappe. Oh, hier hinter bei dem anderen Van steht auch jemand. Okay. Nee, überall. Überall. Ah. Boom. Die Bombe. Zeit. Es wird Zeit. Okay, jetzt drehen sie richtig auf, ja. Ach, das macht das. Okay. Verstehe. Na? Na? Alter, was ist da hinten los? Wir leben natürlich voll nicht. Ja. Muss ich mal backup? Aber ich komme wieder. Kommt sie wieder? Ja. Eine Minute nur noch say. Ja. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Ja. Ich denke auch. Wir müssen jetzt aufs Ganze. Wir müssen jetzt aufpassen. Mein Health ist extrem low. Also ich bin quasi im Nu hin Supply at Copca. Ja, ich bin at Copca. Was? Was? Bitte? Verdammt! Das war jetzt sehr schön. Ja, ich glaube mal auf. Ja, nee. Also theoretisch. Ja, theoretisch. Fahr los. Fahr weg. Fahr weg. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch. Fahr weg. Ja. Ich habe schon wieder eine Person mit Tasche übersehen, Chat. Ah, das ist ja... Ja, ich habe schon wieder eine Person mit Tasche übergehen. Da ist es in der tonguesgäfalle einst auf. Ja, ich habe schon wieder in מה Platz gemacht. Angebot. Und als wir es mergerlar. Das ist colabor gentil für Assen Katze. Da ist es äh, Vous also Nice. Kommt j & J complainatt haben, jetzt wieder eine Person mit Tasche überziehen. goingtt eben nicht hier und dann sind ja auch einfach ganz anders. Bis zum nächsten Mal.